und so, und hab dann, ja, wieder Geld geliehen. Das muss man ja irgendwann mal zurückzahlen, ist alles. Aber das geht ja unter der Hand, sag ich mal. Und wir wollten ja, aber wir haben gedacht, dass wir, ähm, wirsten, ähm, genau, ja, das, das muss ja irgendwann sein können. Nein, wir haben ja noch nicht gekauft, dass wir das kaufen. Es sind, ähm, das Holz-Geminnungs-Dings. Und das hat gut geklappt. Wir wollten ja noch, auf der anderen Seite die 14 Trinken dazu nehmen. Aber jetzt tun wir mal einen kleinen Wunsch. So, das machen wir jetzt mal. So, das ist mein, äh, mein Unserrest. So, jetzt gucken wir mal, dass wir, dass wir, dass wir das finden. War mal die firste Schnitt. Da. Ah, ne, eh. Ja, ne, 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 ne. A getirin. Aber wenn, bei, ähm, wir müssen, äh, wenn, äh, da grad die in für 400.000 nehmen, weil, ne, wir nehmen irgendwas. Vielleicht, so, das ist der Wohlfrag. Wenn, äh, wir nehmen irgendwas, Es ist eine große Herausforderung. 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 Ich vermiet mich erst mal. Wenn ich fast kaufen will. Weil es nicht günstiger ist. Ich dachte, wir müssen sie kaufen. Ich glaube, das war die beste Entzeit. Irgendwann gab es einen Fall vor. Irgendwann in 200, 300 Jahren. Bevor wir uns jetzt eine Druckmaschine holen. Wenn wir es nur leiden. Gucken wir mal an die Sachen aneinander. Wo wir diesen. Ähm. Und darauf machen. Wie immer muss ich gucken. Wo die Falser fast wirtschaftsgesubstreckt hat. Ja. So. Gut. Ähm. Wie hätte man dann auch. so etwas kaufen können. Ich glaube, da kommen wir auch. Auch bei mir fehlen. Aber da ist. Ab dem nächsten Traktor. Du darfst es verkaufen. Ach, dann darfst du lieber raus. Denk mal. Auf jeden Fall. Ähm. Ich würde sagen. Die Falsenmaschine. Kaufen wir später. Ich würde jetzt einmal. Den hier nach. Besuchshalde mieten. Versuchen wir da. Ähm. Überras haben die bei der Einzelkarte. Die dann mit einmal. Die Bäume nur bei Hand. Und so. Ähm. Und so. Die würde ich dann mit reinschmeißen. Und dann zurecht nicht. Werden wir jetzt ziehen. So. 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 Ich denke mal. So. 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 Ich weiß, dass wir alles ein bisschen komisch machen, aber jetzt will ich auch ein bisschen was zeigen und nicht, wie ich schon lange die Bäume aufsahre. Das ist auch nicht der Sinn weg. Euer Ich weiß nicht. Das ist nicht der Sinn weg. Ich bin sicher, dass ich jetzt weg oder wieder weg mache. де? ne? ja bei ja bei 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 Das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. 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 So, jetzt bin ich wieder da. Wir müssen jetzt nur hier alles einschmeißen. More pastor. Wir müssen genau die Die blowing. Das ist das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moment, geil, wird die Videos, aber mehr, mehr, was wir erleben können. Okay, ich weiß nicht, dass ich es gut bin, aber ich weiß nicht, dass ich es gut bin. Haben wir jetzt noch eine Zugmaschine gekauft oder nicht eine Mieten? Haben wir die Maschine überhaupt überhaupt getaucht? So, dann bauen wir auch wieder auf die Zugmaschine. Moment, kurz. Geht gleich weiter. So, dann können wir das jetzt wieder. M-130 hieß es nicht. Bisschen wiegern. Das ist, sag ich. Ja, das ist eine Frage. Nehmen wir ihn aber das mal hin. So gefühlt es mir irgendwie besser. So, aber den kauf mir den Bock. Ja. 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 So, ich habe zwei Sachen, die im Neumut war. Die würde ich nie machen. Da seid gut oder? Ich kann mal gucken. Aber ich gehe. da weiß ich nicht, was das heißt. Schlaucher im Schlüssel. Und dann nehmen wir mal so Minuten umbauen, aber da ist kein Problem. So, das andere wäre jetzt zu teuer. So, da wollen wir mal den ganzen Pumps in den Betrieb nehmen. ... ... ... ... ... ... Hallo! Ich glaube, wir müssen meine Kopfhörer in den kleinen Zamanen. So, wir müssen hier, Herr Böckler. Out! Deshalb die böse Befürstung, dass wir nach einem Träger laufen müssen, wegen dem Entschluss von dem Häktler. Befürstung ist mir ganz stark. Gefällt mir nicht, aber es ist so. Ich bin ein paar Punkte. Oh, nein! Oh, nein! Bist du das? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So weit. Oh, nein! Oh, nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war die Gläubige Mäne, das war die Gläubige Mäne, das war die Gläubige Mäne. sehr lecker, sehr lecker Ich habe keine Kontrolle mehr. Hier geht die Kontrolle. Und den auch hier. Den soll ich auch. Der war noch nicht so tief. Wie die Destin. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Doch ich will in Gott. Ja. Ja, ich werde jetzt auch da hin und wir wollen noch was. Es ist ja heiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine große Maschine gebraucht. Ich habe eine große Maschine gebraucht. Ich habe eine große Maschine. 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 Ich habe eine große Maschine gebraucht. 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 Die kleine Maschine gebraucht. Die kleine Maschine ist blind. Ich habe eine große Maschine gebraucht. Ich mache mir alles an. Sie lässt dich daran. Unigmmaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war ich für mich, für mich, für mich, für mich, für mich. Achtung, wenn deine Verletzungen wie sie ja so wollen, dann fahr mal selber. Bäh! Also in der nächsten Woche werden dann den Postbetrieb aufnehmen. Ich muss sagen, wir rutschen jetzt in die neue Folge rein und es ist gut, dass ich den ganzen Traum der Not- und Zweitekrieg, Uni, da müssen wir alles mitnehmen. Obwohl ein Baum ist immer geil, jetzt als Kleine Arbeitgeber zu erleben, wie das nicht funktioniert. Weil ich bin mir egal, was ich überliegen, wie ich das mache. Ich muss sagen, wir kommen einfach mal an. Bäh! 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 So, dann muss es hier, wenn wir in guten KI verzeugen, dann müssen wir mal wieder langsführen. So, dann müssen wir mal wieder langsführen. So, da ist die Sauklammer ganz gut, würde ich sagen. So, dann müssen wir mal wieder langsführen. 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 Ja, ja. So. So. So, dann muss ich mal sachen von der Entdecke. Okay, rein in den Bock. Okay. Ich nehme meine Dämmen. Ich nehme meine Dämmen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ...helfenblick hier beantworten. Frag doch, mein Gott! Also, Mann, die Geifer, da kriegt man Milch mit auf das Rad in seinen Massenstau. Also, das sind Mäusemelken. Und wenn man das erscheint. So! Wir bringen sonst... Die sind gut, aber... Wir werden uns so jenig sein, der wir uns so jenig sind. Erweilmaschine. So. Elbe Wagen. Erweilmaschine. 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 Untertitelung des ZDF, 2020